Ich wusste gar nicht, dass Can gestern beim Spiel war. Digga, also, Stadionvlog von Can. Das muss ich auch mal, damit ich das Fener Besiktas-Thema nochmal abschließe, muss ich das einfach mal genießen, Digga. Dass er zu diesem Spiel gegangen ist, ich muss das genießen. Das ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Safe. Hotel. Ah, das ist herrlich jetzt. Guten Morgen, YouTube-Deutschland. Na, wie geht's uns so? Also, wenn ihr fragt, wie es mir geht, bin ich ziemlich müde. Ja, du wirst noch müdiger sein. Ich habe mir schon gelesen, Besiktas gegen Fenerbatsche. Ihr seht, Leute, wir schlafen nicht, denn mein Hauptkanal muss noch die eigenen Abonnenten erreichen. Ja, nach dem Spiel wirst du weiterhin nicht schlafen. Oder? Nee, 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 ganz andersrum. Bei solchen Spielen will ich immer einfach schlafen und nicht mehr aufstehen. Falls du noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt den Kanal. Ich habe einen Haufen Geld für die Scheiße ausgegeben. Eine Sache, die ich mir geschworen habe, wenn ich auf einmal nach Istanbul fliege, ab jetzt nur noch Business. Komme, was wolle. Mit dabei, Jones und Christi. Bruder, wenn er extra für das Spiel geflogen ist, hat er safe 1.000 Euro bezahlt. Ich habe geguckt, wie gottlos die Preise aktuell sind. Nein, keine Angst, Fenerb-Fans, ich werde nicht zum Fenerb-Gala-Spiel gehen, ne? Aber mein Bruder hat geguckt, die Tickets kosten 500 Euro, Bruder. Die sind mittlerweile bestimmt auch am Berliner Brandenburger Flughafen angekommen. Die sind, und die Tickets, und scheiß mal auf die Flugtickets, die Hotels sind dementsprechend teuer, und plus, diese Derby-Tickets sind am gottlosesten, Digga. Bei Besiktas weiß ich jetzt gerade eh nicht, weil Besiktas ist glücklich, wenn sie überhaupt mal Tickets verkaufen. Jetzt haben sie dank Fenerbahce wieder mal ein Stadion vollgekriegt, aber so. Aber zu den Jungs, auf dem Weg nach Istanbul, auf dem Weg nach Istanbul, mit dabei Chris Landrun. Schauen wir das Besiktas-Spiel, ich war schon immer Besiktas-Fan, das ist mein größter Traum. Und da sind wir auch schon wieder zurück im Studio. Ist ein kleiner, spontaner Trip. Ich freue mich extrem aufs Spiel, wie sch*** das Besiktas-Spiel zu Hause. Es ist scheißegal, welche Mannschaft gerade besser ist, es kommt nur auf die Vormann. Wenn wir Glück haben, treffen wir sogar Quadezma. Aber das kann ich niemandem versprechen hier, wenn die gerade eingeschalten. Machen wir bei Gala gegen Fener Derby Watchparty. Bruder, Gala gegen Fener. Ich sag euch ehrlich, da muss ich irgendwas Dickes machen. Das wird, das wird aber scheppern, Bruder. Wenn Gala gewinnen wird, da wird eine richtig heftige Bannwelle wiederkommen, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe überlegt, ich habe gerade zwei Siege geholt. Ich gucke gerade mit einem Freund immer Fener-Spiel. Und wir haben schon zwei Siege geholt. Ich werde jetzt Konja da auch gucken mit ihm. Wenn wir gegen Konja auch gewinnen, kann es sein, dass ich für Totten mit ihm gucken muss. Aber nein, Spaß beiseite. Ich werde auf jeden Fall live sein. Wir werden eine dicke Watchparty machen. Aber Bruder, das wird sehr ekelhaft. Ja, ich sag dir ehrlich, das wird sehr, sehr ekelhaft, Digga. Da wird eine fette Bannwelle kommen. Da wird auch nicht mit Timeout sein, da wird nur mit Bann sein, sag ich dir ehrlich. Oder ich brauche da alle meine Mods. Ich muss mit meinen Mods sprechen. Da müssen wir alle am Start sein. Wenn auch nur ein Gala-Emote gepostet wird, weißt du, zwei Tage, Digga. Sag ich dir ehrlich. Also das wird sehr, das wird sehr hart, Digga. Das macht dann einmal 1.000 Euro, bitte. Quaresma, Quaresma, ole, ole, ole. Digga, dieses Quaresma-Thema, ne? Ich bin so glücklich, dass ich, ich bin nicht mehr in der Lage, seit Arda Güler schon, dass ich nach Alex rumheule. Die Besiktas-Fans sind immer noch auf Quaresma hängen geblieben, Bruder. Ist das krass. Bei uns war noch vor zwei Jahren so, oder drei Jahren so, bitte Alex, wir brauchen wieder einen wie Alex. Mittlerweile, Digga. Ich sage immer noch sogar, an alle Funnel-Fans, ja, haltet mich für ein B**** oder sonstiges. Nicht Legende-Technik. Nur Fußball-Qualität. Rein die Fußball-Qualität sage ich immer noch, der beste Spieler, den jemals Funnel hatte, ist Schimanski. Sage ich immer noch. Quaresma, I love you, Quaresma. Hey Jungs, was geht's? Wir haben seit zwei Tagen gefühlt auf dich. Echt, zwei Tagen? Ja. Laut meiner Uhrzeit habt ihr fünf Spülungen gewartet. Da hast du ja gefühlt zwei Tage. Ich weiß nicht, 48 Stunden. Ja, ich weiß, sehr viele Fan-Fans fühlen sich getriggert durch meine Aussage, aber Bruder, ich habe dafür meine Gründe, ne? Ich finde, ich will damit nicht auf Alex seine Legacy scheißen oder sonstiges. Ich finde einfach nur fußballerisch, was Schimanski bietet in seinem Alter aktuell, es kann nur besser werden. Der Typ kann nicht schlechter werden. Bruder, der Typ, er hat so eine Schusstechnik, er hat so ein Auge, er hat so eine Übersicht und wie der Typ nach hinten arbeitet, ich habe sowas nicht bei Alex gesehen, Digga. Also bei Alex natürlich Zaubereien, alles war dabei, Bruder, ich will jetzt nicht, aber Schimanski mit dem Alter, ich glaube, der ist 22 Jahre alt, er wird, er wird ein richtig kranker Fußballer, Digga. Und 54 Minuten zu vergleichen, das ist ziemlich, naja. Hey Chris, was geht's? Hi. Was machst du bei einem Besiktaspiel? Du hast auf Roberto Carlos seinen Kopf gespuckt? Ja, okay, Roberto Carlos, okay, sorry. Ne, der beste Spieler, der bei Fener gespielt hat, war Roberto Carlos, aber Roberto Carlos war ja bei Fener nicht so Dings, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, Jones hat mich eingelassen. Eigentlich habe ich dich eingelassen. Aber das ist ein 3 Cent, Digga. Oh, ich freue mich schon gleich, ich freue mich schon gleich, wie man im Stadion nur Fener Baccio hören wird. Hallo, wir sind am Start. Ich hoffe, er hat das reingeschnitten. Wir sind angekommen und gehen jetzt wieder schwarz unsere Tickets kaufen. An der Stelle will ich diese Fragen mal für immer beantwortet haben. Jedes Mal bei einem Matchday ist, egal ob Trabzon gegen Garza spielt, ob Fener gegen mein Vater spielt, die Leute denken, ich bin ein Ticketverkäufer. Und die fragen mich auch jedes Mal auf Instagram, Jambi, bist du an der ein Ticketverkäufer? Die sind doch so schnell ausverkauft. Ganz simple Mathematik. Ich gehe vor Stadion, da sind Leute, die schwarz Tickets verkaufen. Wenn ein normaler Ticket 50 kostet, zahle ich manchmal 300 oder 400 Euro für das Ticket. Habt ihr verstanden? Ja, ich bin dran. Und das können die Almans richtig zu schätzen wissen. Das, Digga, wie einfach man in Deutschland an Tickets kommt, ist heftig, Bruder. Das ist für euch. Es ist, wie es ist. Okay, Chris, immer wenn man in einem bestimmten Stadion ist, muss man den Adler machen. Los, mach das. Digga, man muss nicht mal Deutschland Hack gönnen. Man, Türkei ist einfach zurückgeblieben, was das angeht, Digga. Fuck mich so ab, ne? Warte, ich bin da richtig sauer drauf, Digga. Boah, Bruder, diese Penner-Liga, ne? Regt mich langsam echt auf, Digga. Dass man jedes Mal so schwitzen muss für seine Tickets, Alter, ja? Und letztens bin ich nicht mal fast reingekommen, weil ich nicht derjenige war, dem das Ticket gehört. Du, Sohn, ich habe es schwarz gekauft, ich komme aus Deutschland, ich bin hier hingeflogen für das Spiel. Du, Sohn, du, Sohn, lass mich einfach in dieses Stadion, denn ich habe das Ticket geklaut, oder was? Jedes Mal, man muss so schwitzen, in dieses Penner-Stadion zu kommen, Alter, ja? Ja, regt mich so auf, Alter. Ich weiß nicht, ich boykottiere die Liga jetzt, Digga. Ist mir scheißegal, ich fliege eh, ich verliere sowieso jedes Mal, wenn ich da hingehe. Ich gehe nicht mehr in die Türkei Spiele gucken, Amunakoyim. Wir sind wieder da, ah, ah. Naja, ich bin da ein bisschen nass geworden. Naja, hier, diese Penner-Pass hier. Diese Penner-Pass. Tag, Getschen. Das ist ein One-Way-Ticket-Penner-Pass, Digga. Weil du von irgendeinem Syrer deine Tickets kaufst. Und wieder da, ah, ah. Naja, ich bin da ein bisschen nass geworden. Nass, 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 nass. Los, Kollege, mal zeig dich. Jungs, was geht? Warum bin ich wieder sauer geworden, ja? Warum werde ich immer impulsiv, Alter? Ja, genau so, ich wollte auch zwei Hände sagen. Halt, Jungs, wir sehen uns. Digga, ich brauche auch langsam einen scheiß Korrespondenten in Fenner, Digga. Ich sag dir das. Da muss ein Deutscher hin, Digga. Ein deutscher Spieler muss da hin, der mich kennt, Junge. Ich lutsche seinen Schwanz bei jedem Spieltag. Er soll mich einfach da reinbringen, Digga. Damals Roman Neustädter, am Mann, Herr Köln, ja. Mein bester, bester Korrespondent gewesen. Die haben ihn einfach seinen Vertrag nicht verlängert, Digga. Ich wünsche, er wird bis 50 Jahre da spielen, am Mann, Herr Köln, ja. Wallah, ich hatte Luxus mit Roman Neustädter, am Mann, Herr Köln, ja. Matt Müll, du, unmöglich, Digga. Hat mir nicht geantwortet. Ich bin Penner, Digga. Macha, geh, Dig, macha. Wie, wie schickt das Trafduris, bis? Junge, los! Ich kreis, das war ein Schier-Hauberes, Mann! Oh, Bengalos. Jürgen, was hat, wie behaart ist Can geworden, Digga? Was war das für Rückenhaare, Digga? Okay, Jungs, wir müssen jetzt 10 Minuten da hinlaufen und dann nehmen wir das Geschehen auf. Ich mach jetzt einen Cut und dann sind wir da. Evert, wie schickt das Trafduris? Ich frag Eli, ob er klaren kann, oder bitte? Wie unangenehm ist das? Als ob ich Eli in so eine unangenehme Situation stecke. Digga, du tust auch so, als wär ich mit Eli aufgewachsen am Mann, Herr Köln. Wir haben viermal Among Us gespielt, ich war bei zwei Turnieren dabei. Ich soll schon schnorren bei Ihnen nach Fener-Tickets, Bruder, bitte, ja? Boah, Sarjo-Musch. Jetzt holt er sich Tabletten. Der Arme, der denkt sich auch an, Mann, okay, was ist das für ein Fener, Digga? Frag mich, was ist dein Fener, Digga? Schon mal in einer Apotheke eine Katze gesehen? Nein, jetzt sieht die ihn. Okay, Leute, heute ist es ein bisschen zu kalt und zu nass, deswegen gehen wir nicht in die Stadt zum Adler, sondern direkt ins Stadion. Wir hören schon aus der Weite, wie tausend Leute Stimmung machen. Ich bin echt gespannt, wie es im Stadion ist und auch für jemanden, der zum ersten Mal dabei ist. Angekommen beim schönsten Stadion der Welt. Da muss man echt zugeben, das ist echt sehr schön, das Stadion. Aber, äh, äh, das Stadion gilt jetzt Fener. Immer noch das Schönste. Und lass uns doch immer so bleiben. Ja! Ja! Scheiße. Ah, so schön, wie gehypt die sind. Wallah, dass die Bechglas-Fans dachten, dass die gegen Fener gewinnen werden. Frag, ich habe noch nie so safe geredet, ne? Ich werde auch nicht gegen Gala so safe reden. Ich habe auch letztes Jahr nicht so safe geredet. Aber, dass ihr dieses Jahr, gestern dachtet, dass ihr gegen Fener gewinnen werdet. Achmed, bitte beweis es. Bitte beweis es. Achmed, ich habe dich vor dem Spiel angerufen. Ich habe meinen Cousin angerufen. Ich habe einen Freund angerufen. Ich habe es euch gesagt. Fener wird dieses Spiel, die werden die... Wallah, ich habe jedem meinen Freunden gesagt, die werden mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Wallah, das war so glasklar, Digga. Es brennt. Geil, Alter. Wie kann man denn jedes Mal Spaß haben? Ja, jedes Mal aufs Rehe. Nein, Z habe ich nicht angerufen. Ich bin nicht so einer, der seine Freunde dann angeruft und triggert, Digga. Also bei Z mache ich das nicht. Oder sonst wie. Bei Maus ist es was anderes. Maus ist der einzige Mensch, den ich triggere. Sonst gar keinen. Und mein Cousin, aber das sind Gala-Fans. Oder besser gesagt, Gala-Fans triggere ich nur. Bei Besiktas, keine Ahnung. Das juckt mich. Wenn Besiktas auch gegen uns gewinnt, das sticht bei mir gar nicht, Digga. Sage ich dir ehrlich. Zieht ehrlich gesagt nicht, Bruder. Ich höre bei Gott, Digga. Gala ist das Einzige. Besiktas, ich sage dir ehrlich sogar. Ich finde Besiktas sympathisch. Wallah, ich finde Besiktas sympathisch. Juck, nenn. Oh, guck dir diese gelbe Wand da noch mal nach oben, ja. Okay. Ja, ja, ja. Jaja. Jaja, ist laut, ist laut. Bestimmt sind laut, Brittany. Ist richtig laut, Digga. Riesenaut. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen leiser. Warte kurz. Oh mein Gott, wie laut das ist, Leute. Ich verstehe euch nicht. Hallo? Könnt ihr mich hören? Ich dachte der Stadionsprecher hört sich an wie der Digga. Das ist der Stadionsprecher von Beşiktaş einfach. Beşiktaşımızın formasını giymiş, taraftarların sevgilisi olmuş, efsane Sporcularımızı umurlandıracağız. Hey! Was? Karesma? Wo? Karesma? 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 Karesma! Karesma? Achso, und an dieser Stelle muss ich mal etwas erwähnen, ne? An diese ganzen Schwänze, die sagen, Bechtetaz macht Gala nach. Digga, denk mal bitte nicht, dass Gala irgendetwas erfunden hat in der türkischen Liga, ja? Wirklich, ich finde das auch so cringe von so elfjährigen Gala-Fans. Digga, Gala, ich sage euch jetzt ein Real Talk, ne? Und ich sage euch das jetzt einmal, ne? Gala kann Glück haben, dass die gerade in dieser Zeit, wo TikTok und so, wo jede Scheiße viral geht, dass die jetzt in der Champions League spielen, Digga. Wäre zu verinnern Zeit irgendwie TikTok oder sonstiges da. Bruder, das ist so heftig, wie Leute denken, dass Gala irgendetwas erfunden hat, ne? Das ist so cringe, wallah. Das ist richtig unangenehm, Digga. Die denken, die haben Uclu erfunden, Bruder, ja? Ist das heftig, Digga. Wallah, weil sie gerade Glück haben, dass jede Scheiße viral geht und irgendwie Almans, die noch nie in ihrem Leben türkische Liga verfolgt haben, noch nie in ihrem Leben haben Almans türkische Liga deutsche Kommentatoren noch nie etwas mit der türkischen Liga zu tun gehabt. Jetzt, weil aktuell sowieso alles viral geht auf TikTok und so weiter und Gala jetzt in der Champions League keine Ahnung, fast gegen Bayern gewonnen hat. Die denken, Bayern ist Real Madrid von Türkei geworden, dann schnitt mal, mein Röhm, ja? Hallo, wir reden von einem Gala, was vorletzte Saison zwölfter Platz war. Und dann denkt man nicht, ist das unangenehm, Digga. Ja, ihr könnt nur verhelfen. Die ganze Zeit hört man uns. Ah stimmt, Rossi hat nicht gespielt, dann habe ich ja voll vergessen, Digga. Naja, ganz laut. Die wollen, ach so, Anale-Beschiklash-Fans. Ja, ne, ihr wollt Elfmeter plus rote Karten noch. Wollt ihr noch, dass er nicht mal diesen Elfmeter schießt, sondern direkt 1-0 ist am besten? Oder wenn er Panenka macht, machen wir zwei Tore statt ein Tor? Wallah, ja. Die wollen mir ernsthaft sagen, dass das rote Karte war, Digga, ja? Wow, respektlos, Digga. Ja, ja, die wollten, die wollten, dass man ihnen die Hand den Fuß noch abschneidet, da als Strafe. Wallah, ich sag euch eine Sache, hätte Besikt, dass dieses Spiel auch nur unentschieden gespielt, ne? Ich schwör's dir, Digga. Ich wär so sauer, Bruder, weil die haben so schlecht gespielt und dieser Schiri hat so schlecht gepfiffen. Mir ist nochmal eingefallen, diese eine Situation, wo Dzeko alleine aufs Zorn zuläuft, der Beschiklash-Innverteidiger grätscht Dzeko und die kriegen faul. Dzeko hat das faul gemacht, wo man da sogar rote Karte geben könnte, Digga. Ist das heftig, Digga. Wir haben leider keine Super League-Hilies. Ich kann das nicht mehr machen, dass ich euch diese Situation zeigen kann, aber, Digga, oder dieses Abseits-Pfeifen. Danke, Achmed. Die Pfeifen abseits, was nicht mal abseits war und auch wenn es abseits war, es war wirklich hauchdünn. Die Pfeifen direkt ab, anstatt es laufen zu lassen und danach mit VR zu gucken. Bruder, dieser Schiri gestern, ne? Wallah, der wollte richtig, dass Fennl verkackt, Digga. Und Fennl hat so krass gespielt, hätten die das nicht gewonnen. Ich schwöre dir, ich wär so sauer, ne? Das wird nicht normal, Digga. Wallah. Highlights gehen leider nicht, weil ich keine Uhr, ich hab kein Copyright dazu, Digga. Ich weiß nicht, warum, Digga. Ich will nicht haten, aber deren Stadionsprecher ist irgendwie, keine Ahnung, ja, voll der Müll-Sprecher, Digga. Ich liebe sogar unseren Stadionsprecher, Digga, ja? Ich bin da, ich glaub, ich bin zu, ich hab eine Fanbrille auf, Digga. Ich liebe einfach alles von Fennl hat, das ist das Problem. Aber für mich ist wirklich, ohne Dings jetzt, weil ich Fennl hat ein Fan bin, ich find unseren Stadionsprecher allein krass, Digga. Ich weiß nicht, warum. Auch Kanarien-Fugel stark. Halbzeit-Analyse. Also die Analyse besagt, äh, Konrad ist mein Servieter-Wurz-Apps. Ja, Gänse. Geiles Spiel. Digga, was geht bei dem Typen ab? Junge, warum geht das Video nur noch zwei Minuten lang? Was soll das, Digga? Hat der alles rausgeschnitten oder was? Also Halbzeit-Analyse, 1-1, gut. Ich versteh gar nicht, warum man Stadion-Vlogs immer, äh, auf so zehn Minuten cutten muss, Bruder. Ich find, guck mal hier, immer so zehn Minuten. Ich find, Stadion-Vlog kann, äh, kann ruhig länger gehen, Digga, oder nicht. Also ein Stadion-Vlog, egal wie lang der geht, wenn der, wenn der, wenn der, wenn da viel passiert ist im Spiel, dann ist der wie Highlights manchmal. Die können ruhig länger gehen, Digga, würde man sich länger reinziehen. Spiel bis jetzt, Sonder. Okay, Leute, zehn Minuten und drei Chips-Züten später steht jetzt immer noch 1-1. Potenzialer Elfmeter für Fenerbahce. Sieht nach dem Elfmeter aus. Ich hoffe nicht. Was entschönt, ja? Oh mein Gott, wenn Tadic anläuft, ne? Ich hab heute noch mit meinem Cousin darüber geredet, ne? Bruder, es kann nicht sein, dass dieser Stress, den ich kriege, wenn Tadic Elfmeter schießt, das Tor danach lohnt sich gar nicht. Diese drei Sekunden, die er anläuft, fühlen sich an für mich wie zwei Minuten und ich, dieser Stressfaktor, den ich habe, es lohnt sich nicht, dass ich danach dieses Tor kriege. Es lohnt sich nicht. Er soll auch aufhören. Ich hab heute auch, Bruder, es ist krass. Ich sag euch mal eine Sache. Dieses Antizipieren, was der jetzt gerade macht, zu gucken, wo springt der Torwart hin, es ist das dümmste, unprofessionellste überhaupt. Ich sag euch jetzt meine Theorie zu einem Elfmeter. Bruder, schießt einen Elfmeter einfach präzise in eine Ecke und der ist zu 100% drin. Warum 100%? Wenn wir jetzt nur mal die Chance berechnen vom Torwart, Bruder, ich hab mir erst mal einen Kopf darüber gemacht, warum macht er das? Weil Tadic ist ein Weltfußballer, Bruder. Er muss ja Erfahrung haben, aber das ist Müll, Bruder. Du musst dir überlegen, der Torwart kann in drei Ecken springen oder in drei Richtungen. Mitte, links, rechts. Von 100% sind das schon mal 33,33. Und jetzt liegt es noch daran, von dieser Tamamokei, sagen wir, er hat diese 33% getroffen, er hat die richtige Ecke. Und in der Ecke gibt es jetzt auch noch mal hoch und unten. 50-50 von da noch mal. Von 33% geht noch mal die Hälfte, sind wir bei 17% irgendwas. Und dann musst du noch das perfekte Timing treffen und noch den Ball halten. Weil, wenn wir uns überlegen, Oxlade-Chamberlain, was hat er für ein Tor gemacht? Er hat in die Ecke geschossen, der Torwart wusste die Ecke, der Ball ist trotzdem reingegangen. Warum? Weil er perfekt geschossen hat. Janis, sogar wenn der Torwart die Ecke weiß und die Höhe weiß, ob oben oder unten, heißt es nicht, dass er den Ball zu 100% hält. Heißt, wenn du perfekt schießt, ist der Ball zu fast 80, über 90% ist der drinne, Digga. Janis, warum? Warum? Warum machst du das? Was ist das? Bruder, was ist das für ein Drecks-Elfmeter? Wallah, Bruder, die sollen damit aufhören, die sollen ihn nicht schießen lassen, ja? Wie ich solche Leute hasse, Bruder, die so einen Elfmeter schießen. Lauf, schieß am Minderräum. Du verdienst im Jahr 5 Millionen. Stell dir mal vor, 5 Millionen Euro, damit du das reinmachst, einfach nur. Das muss sogar, der größte B***er muss das Schießen treffen können. Weißt du, was ich meine? Eiskalt, eiskalt. Das ist nicht eiskalt, das ist einfach schlecht, Bruder. Bruno Fernandes weiß ich gerade nicht, wie sein Anlauf ist, Digga. Oh, auch so knapp, wenn er hatte so viele Positionen, Digga. Ja, Harry Kane ist brutal, Digga. Digga, über Icardi wollen wir nicht reden, Alter. Icardi, wie viele Elfmeter der schon gepatzt hat diese Saison nur und wie er sie, ich erinnere mich an das Spiel gegen Karakönig war das, glaube ich, was die da gemacht haben, Digga. Icardi ist der gefühlt schlechteste Elfmeterschütze, Digga. Er wurde bezahlt. Er wurde bezahlt. Acht Minuten sind wir gegangen. Acht Minuten, mach so, du machst. Wow, Elfmeter. Kann das alles nicht mehr? Nee, Tade ist nicht getroffen, Gänsehaut. Herr Waller und hier, hier war ich mir zu 100% fern, er wird das Spiel aus der Hand geben. Zu 100%. Und auch bei der roten Karte, wo Bechtasch rot bekommen hat, habe ich gesagt haben, okay, wir werden verlieren. Zu 100%. Es gibt auf dieser Welt nichts Schlimmeres, als eine Lila-Lage zu schneiden. Noch schlimmer, dass man gegen FanWare zu Hause 3-1 verliert. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendjemand unterhalten, wenn er gibt es dann einen Daumen hoch, abonniert die Kanal mit mir sehr, sehr freuen. Ihr habt ja bestimmt, Bayless. Ihr habt ja bestimmt, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Ich wünsche den Fans in den Kommentaren viel Spaß. Ja, schade, ich hätte gerne noch länger das Video angeschaut. Ja, warte mal, ich muss nochmal das letzte Tor sehen. Oh nee, 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 oh nee. Sokanski, Sebastian, Sebastian, Szywanski, Sebastian, Soranski. Bruder, er ist der Beste einfach, ja. Und eine Sache, eine Sache noch, eine Sache noch, muss ich sagen. Achte, der Ball, der Ball kommt gar nicht flach, der Ball springt nochmal auf und trotzdem trifft er ihn perfekt. Achte mal. Habt ihr gesehen, wie der noch aufspringt? Es reicht. Och, sah nicht. Der Arme, ja. Der Arme merkt genug. Also der hat wirklich das Spiel gecarried, digga. Hier sind locker fünf Positionen, nicht, die hundertprozentige Position von Föller nicht drinne, digga. Ich sah nicht. Ich sah nicht. Fußball ist bedeutungslos. Wenn man merkt, wie kurz das Leben ist, geh ich mich aus dem Jan. Er kann nicht aus dem Jan. Hä? Irgendwas passiert? Achso, sein Onkel ist gestorben, mein Ball hat. Das wusste ich nicht, digga. Okay, heftig, digga. Das wusste ich nicht. Allah rahmet elisin. Ja, natürlich ist er auf jeden Fall Fußball bedeutungslos. Ich habe noch letztens darüber gedacht, ne, wallah, bei Gott. Ich habe noch letztens darüber gedacht, wann wird der Zeitpunkt kommen, dass ich Fußball loslasse? Weil jetzt aktuell gerade wirklich, Bruder, ich meine das ernst, ne? Fener, ich habe das gemerkt, weil ich heute nochmal, heute habe ich einfach alle Lieder von Fener gehört. Ich war so glücklich. Ich gucke mir seit gestern nur Videos an von Fener. Bruder, es ist mein Leben. Fener ist mein Leben. Aber wann wird der Tag kommen, dass ich so erwachsen bin, dass ich loslassen werde von Fener? Weißt du, was ich meine? Wird irgendwann der Tag kommen, dass wir sagen so, ja. Weil zum Beispiel, ich merke das bei meinem Vater. Mein Vater war noch vor 10 Jahren so richtig hardcore und jetzt er regt sich gar nicht mehr so auf. Weißt du, was ich meine? Im Spiel regt er sich auch, aber einen Tag danach ist bei ihm so, ich glaube so ab 60 so ist es dann vorbei, dann hat man nicht mehr so die Kraft. two und dann wir uns zu